Nur noch zwanzig Meter. Zwanzig kleine Meter bis zum Briefkasten. Sie hatte es sich leichter vorgestellt. Sie sah auf den Brief, der in ihrer Hand zitterte. Noémie beobachtete sie von der Haustür aus, bereit beim geringsten Schwanken hinter ihr herzustürzen. Noémie hatte alles versucht, ihre Patientin davon abzuhalten, dass sie sich allein auf die Straße wagte. Aber Alice Gauthiers gebieterisches Wesen duldete keinen Widerspruch. Damit sie mir über die Schulter schauen, um die Adresse zu lesen? Noémie war beleidigt, so etwas tat sie nicht. Das machen alle, Noémie. Einer meiner Freunde, ein alter Gauner im Übrigen, sagte immer zu mir, wenn du ein Geheimnis wahren willst, dann wahre es. Und so habe ich eins über lange Zeit gewahrt. Nur in den Himmel komme ich damit nicht. Wobei mir der Himmel auch sonst nicht sicher wäre. Verkrümeln Sie sich, Noémie, und lassen Sie mich gehen. Lauf, Alice, verdammt nochmal! Sonst hast du Noémie gleich wieder auf der Pelle. Sie stützte sich auf ihren Rollator, schob sich neun Meter weiter. Nun ja, acht große Meter waren es auf jeden Fall. Jetzt nur noch an der Apotheke vorbei, danach am Waschsalon, an der Bank, und schon wäre sie dort, bei dem kleinen, gelben Briefkasten. Während sie bei dem Gedanken an ihren nahen Sieg schon leise lächelte, wurde ihr schwarz vor Augen. Sie ließ das Gefährt los und brach vor einer Frau in Rot zusammen, die sie mit einem Schrei in ihren Armen auffing. Die Apothekerin kam angerannt, fragte, befühlte, legte große Geschäftigkeit an den Tag, während die Frau im roten Mantel die verstreut herumliegenden Dinge aufsammelte, in ihre Handtasche zurücklegte und diese neben die auf dem Boden liegende Frau stellte. Damit erschöpfte sich ihre flüchtige Rolle auch schon, der Rettungsdienst war unterwegs, sie hatte hier nichts mehr zu tun. Zögernd richtete sie sich auf und trat zurück. An einem Baum blieb sie stehen und überlegte. In der Hand hielt sie den Brief, den die arme Frau hatte fallen lassen. Dreh deinen Gedanken siebenmal im Kopf herum, bevor du handelst, hatte ihr Vater ihr fortwährend eingehämmert. Die Schrift auf dem Umschlag war zitterig. Und der Name der Absenderin, Alice Gauthier, prangte in großen, etwas unsicheren Buchstaben auf der Rückseite. Ja, das war eindeutig ihr Brief. In der Eile, mit der Marie-France die aus der Handtasche gefallenen Sachen, Papiere, Geldbörse, Tabletten und Brille zusammengerafft hatte, bevor der Wind sie verwehte, hatte sie auch den Umschlag in ihren Mantel gesteckt. Und der Wind sie verwege, hat sie auch den Umschlag in ihren Mantel gesteckt. Und der Wind sie verwege, hat sie auch den Kapel zus구나.